10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als Astronautin bis zum Mond und wieder zurück. Das war immer mein großer Traum. Und heute entdecke ich die Welt in einer ganz anderen Perspektive. Von Weitem betrachtet sieht vieles gleich aus. Doch in meiner heutigen Umlaufbahn wird mir klar, mit Leichtigkeit durchs Leben schweben ist vielen Menschen gar nicht möglich. Was für mich ein kleiner Schritt ist, kann für Menschen mit Behinderung, für Kinder oder für Seniorinnen und Senioren ein großer Sprung sein. An meinem Platz am Cockpit bin ich gut vernetzt und sorge dafür, dass unsere Teams ihre Mission optimal erfüllen können. Hier sind oft schnelle Reaktionen und Handlungen gefragt. Das macht den Arbeitsalltag spannend und der Zusammenhalt in unserem Team ist astronomisch. Auch wenn mir mal ein Fehler passiert, werde ich nicht gleich auf den Mond geschossen. Magst du auch in die Sphären der Traumberufe mit Sinn aufsteigen? Dann bewirb dich jetzt auf unsere Ausbildungsplätze in der Verwaltung oder auf ein duales Studium. Um Menschen zu helfen, die Menschen helfen. Was für mich binary ist,